Nee, es geht doch ein Stück, Sarah. Das geht ein Stück. Drei Stunden, die Gehacke. Ich such grad erst mal, wo hier unser Ofen und so ist. Hier. So. Können wir das mal hier mitnehmen wieder? Wir haben auf jeden Fall auch ein paar Diamanten. Ihr solltet euch vielleicht so eine Lore einpacken, wenn ihr hierher kommt. Guck mal, wenn du fährst, dann ist das hier vielleicht zwei Minuten erst. Bei der Hälfte ist ja schon der Ausgang. Anni, komm. Ich würde eigentlich mit der Lava hier auch noch irgendwas anstellen, aber die ist voll weit... Ist das denn da ein Dungeon? Ist das denn da ein Dungeon? Eigentlich müssen wir ja da hin, ne? Aber ich hab keine Stecker mehr. Ich hab keine Stecker, ich brauch Holz. Ich hab ja nicht mehr mehr... Fackeln. Du meinst, die oben? Ah, zwei hab ich ja noch. Ich hab noch hier. Ein bisschen hab ich noch. Kohle hab ich auch. Na gut. Ein Dungeon ist eine Kiste. Ich wollte erst mal den Dungeon hier vorne direkt, das wollte ich mir angucken. Ist ja direkt einer um die Ecke. Und ich sehe ganz schön viel Kohler. Äh, total. Aber ein Dungeon hat doch immer einen Spawner, ne? Ich hab da so die Kunst... ...zu verrecken. Ich nehm mal Holz mit. Falls es nicht verbrennt. Ach, ich weich ja schon mal. Warte mal, das brauchen wir nicht. Okay. Anscheinend ist die schon ausgeschlachtet. Hallo, Kingler. Ähm... Wo war denn der Dungeon? Bei dir hinten, oder was, Flo? Können wir das hier mal loswerden? Weißt du, da hab ich schon ne Lore dabei. Und baue extra einen Weg. Und dann benutze ich das nicht. Das ist dann in und her Gefahre. Ich glaub, jeder Zehnte ist okay. Man muss das jetzt nur noch dann ein bisschen alles ausbauen, ne? Oh. Warte, Knopf. Das muss ich immer nicht nur lernen, ne? Aber ich geh wieder hier rein. Autsch. Da kommen die von hier oben. Autsch. Autsch. Mhm. Habe ich noch was da einmal dabei? Ja. Ich hab einfach viel zu viel Scheiße dabei. Nein, 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 nein. Ach, lol. Was ist jetzt da denn unten? Ja, ist ein bisschen eventuell. Da gebe ich dir sogar mal recht. Hm, okay. So, also neues Metall. Gehst du sie überhaupt aufheben? Ja, kann ich, sehr gut. Letztend brauchen wir eigentlich gar nicht so viel. So, warte mal. So, da ist unser Ausgang, ne? Ach ja. Fall halt einfach von der Decke, oder? Hm. Wen bringe ich um? Chad ist tot. Ich bringe ihn gar nicht. Oh, was habe ich denn? Ich dachte, das wäre meine Facke gewesen. War alles geplant, war alles geplant. Oh. Hi. Chad ist aber freundlich. Aus Liebe. Das war alles aus Liebe. Nicht wahr, Nietzsche? Willst du denn einen Mod machen? Sicher. Du musst bereit sein für mich zu sterben. Siehste? Komm ich bis nach ganz oben? Ja, ne? Du würdest rumwannen. Sie bringt ihren Schatz zum Schweigen. Genauso wie ihre Mods. Ach so. Ist das so, Jannitsche? Du hast gegrieft am Spot. Dafür kann ich nichts. So. Wo geht's denn hier lang? Das war irgendwie zu erwarten, oder? Diese blöden Viecher, ja. Oh, das ist Gold. Das brauchen wir. Ach, diese Fledermaus, ne? Uh, da ist noch mehr Gold. Oh. Hm. Wer will gebannt werden? Arthur? Was? Wer wird so gebannt werden, Arthur? Arthur? Ähm. Warte mal, eigentlich kann ich das hier wegschmeißen. Und kann ich nicht rein theoretisch immer, also, das muss ich in der Werkbank machen, ne? So eine Dingsblenke? Oh. Ernsthaft? So. So. So, ein bisschen mehr Platz im Inventor. Für mehr Redstone. Warte mal, wer soll die, warum soll die, warum soll die, warum soll die Kommi gebannt werden? WTF ist los? Und was für diese komische Fledermaus von mir. Sie scheint davon verstört zu sein, ich glaube, der Fetisch ist so hart für sie. Was für ein Fetisch. Ja, sag mal, Sarah. Sag doch mal. Metall. So. Hm. Aber wenigstens gibt es die Metall eher, wenn er in der Dungeon schon reinfällt. Okay, also doch, Metall gibt es hier gut. Ist das da oben etwa Dings? Ja, ne? Oh. Das ist mein Job, junge Frauen zu verunsichern. So, ich will zum Gold. Gerne. Was ist mit, Lunge? Was? Ach so, wer ist hier jung? Äh, fühle ich mich jetzt mal einfach nicht angesprochen, ne? Kann ich Gold, ich kann kein Gold aufhören. Weil wir zu viel Stein haben. Geil. Ich müsste halt eigentlich dringend mal zu uns nach Hause und auspacken, ne? Geil. 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 Also irgendwie findet ihr was nicht ganz so gut. Okay, das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Das war Schwein gehabt, aber holy. Okay, vielleicht gucke ich ein bisschen herum, bevor ich irgendwas machen. Du bist zufällig hier. Die kennen sie eigentlich gar nicht, ne? Ach, da ist doch noch jemand, wo der Ausgang war. Zufällig. Da hinten, oder? Glaube ich. Sicher, sicher. Ja, hier ist der Ausgang gewesen. Jupp, da hinten. Was? Wegen dem Bonus auf RNG? Ich muss mal gucken, dass wir das hier, dass wir da irgendwas cooles bauen, ey. Vielleicht baue ich hier so Bäume rein oder so. Wenn das geht. Was wir auf jeden Fall mal machen sollten, ist... Okay, dadurch, dass hier eh kein anderer ist außer wir, können wir hier auch ruhig zubauen. Wir brauchen noch ein paar Schienen. Ein bisschen Gold haben wir auch. Könnten wir eigentlich auch eine Diamantenhacke bauen, oder? Ich habe mir noch nie eine gebaut. Kostet drei Stück nur. Gut, mache ich mal. Hey, Miggias. Hey, hallo, Miggias. Was? Wie viel Kraft? Na, Miggias, was ist gut bei dir? Bist von dem Müde nicht? Ja, geh mal schlafen. Äh, was ist dein Auto? Der Wind hat mich hierher gewöhnt. Okay, okay. Bin krank. Nichts. Machst du. Baites. Ach ja. Ich hätte jetzt echt gerne ausprobiert, ob hier Bäume auch so, ich sag jetzt mal, unterirdisch wachsen, ne? Aber schlaf gut, Ninja, ne? Und, ey, das war wirklich ein Versehen mit der Lava, ne? Da, äh, das war keine Absicht. Ich schwöre, das war keine Absicht. Vielleicht machen wir das so hier. Ja, ja. Sag nicht ja, ja zu mir, ist so. Gucken, äh, vielleicht täusche ich hier den Stein an der Seite dann noch aus und... Oh Gott, wie ich mich immer erschrecke, ey. Das ist noch so viel Zeug, was wir abbauen können dann, ne? Geht das vom Abstand über einen, oder? Easy. Ist ja wie geplant hier. Obwohl, ne, warte mal. Müssen versetzen. Gut, dann machen wir hier noch einen hin. Dann ist es gleichmäßig. Ich treffen würde. Porte mich mal. Ich kann dich nicht porten. Ich hab keine Admin-Rechne. Achso. Aber kann ich denn porten? Kann ich das? Wie soll ich das machen? Tele... Porch... Oh shit, wie hieß du denn jetzt in Game? Nimm 13, ne? Ey, du weißt schon, dass ich da gerade... Das ist echt uncool. Ich, ähm... Ich muss... Ja, ich wollte, dass du zu mir kommst. Ich... Ich wollte da nicht weg. Okay. Wie kann ich dir behilflich sein? Ich war doch gerade so schön am Metall einschmelzen. Weißt du, jetzt wollte ich endlich weiterbauen. Was soll ich probieren? Zu ihrem Save-Point. Achso, ob es das gibt? Ich wüsste halt nicht wie, ne? Wenn ich schon mal hier bin. Brauchst du Metall? Du findest selbst nicht raus. Scheiße. Oh, das ist echt nicht cool. Du weißt nicht mehr, von wo du gekommen bist, oder was? Fuck. F in den Chats. F in den Chats. Das muss leider sein. Ich brauche Schienen. Wo bist du denn lang gelaufen? Sag mal. Ja, so anscheinend hat sich Flo verlaufen. Und ich bin zu ihm geportet, also... Ich bin zu ihm geportet. Ich bin zu ihm geportet, also... Name. Äh, nimm. Name nimm. Da oben. Äh, willst du echt hier lang, Flo? Hier warst du safe noch nicht. Also ich würde, wie er aussieht, völlig zugeschossen. Also ich würde ja da jetzt nicht lang laufen, weil dann laufen wir ja noch tiefer rein. Oh, warte mal, da unten ist aber... Oh, okay, das... Was machst du da? Oh, guck mal, hier ist aber Gras. Shombie! ... 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 Das sah auf jeden Fall gut aus. Ach, mein Gott, ich hab schon Pipi in den Augen. So. Was? Warte mal, wie bin ich hier noch mal runtergekommen? Ach, ich springe einfach runter. Ich hab ja sowieso keinen Inventarplatz, außer Schienen, obwohl nicht mal die. Die ist fertig. Das sah einfach zu göttlich aus. Was denn? Ah, okay. Wie soll ich das denn jetzt machen hier, du? Ähm. Warte mal, ich pack dir hier ein Holz... Baschinen. Ich hab halt grad nicht so viel Platz. Ich tausch einfach mal mein Stuff hier mit dir, ne? Brauchst du Dings? Lapis oder so? Habe ich gefiffen beim Lachen, oder was? Smaragde brauche ich nicht, aber Gold würde ich mitnehmen, die 10. Und... Ich lasse dir ein bisschen Weizen da. Mülle deiner Rare Kiste. Ja, gerne. Kein Ding, ne? Warte mal... Aber hast du vielleicht Holz für Stöcker noch? Damit ich, äh... Schienen nachbauen kann? Wahrscheinlich würde ich hier noch... Guck mal, ich lasse dir ein paar Pilze hier. Liegt? Wo er liegt? Wo liegt Holz? Ach so, hier. Ja. Verdammt. Hast du das hier reingepackt? Ich brauche ja nur ein bisschen für Stöcker. Warte mal. Hier, das gebe ich dir zurück. Ich will nur ein bisschen... So. Gut, dann können wir nämlich unsere Schiene weiterbauen. Ach Gott, wo in meine Augen. Vom Heulen. Was soll das hier eigentlich mal werden? Sag mal. Ich bin... Ich bin... Wunsch...